Ja, alles Glück dieser Welt, alles Gute und dass sie gut nach Hause kommen, motiviert haben die sich selbst. Das sind Sportler, die nicht motiviert werden müssen, das hat man ja heute hier schon gesehen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Glück, ganz viel Erfolg. Es sind großartige Sportler und Sportlerinnen, die unterwegs sind. Ich halte ganz fest die Daumen und bin unglaublich stolz, welche tollen Menschen und Sportler wie in der Steiermark haben. Ich habe dieses Bild vor mir im März 2017, wie da tausende Athleten und zigtausende Menschen als Zuschauer bei strömenden Regen zugegen waren. Und wie die Athleten hereingekommen sind, in ihren Augen, die gefunkelt haben, hat man alles Glück dieser Welt gesehen. Ich war ja vor kurzem, letztes Jahr auch in Abu Dhabi, da wird es großartig sein. Sie werden Großartiges leisten und sie werden hoffentlich gut, gesund und mit vielen Medaillen wieder zurückkommen in die Steiermark.